Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute mache ich einen kleinen Vlog und heute mache ich einen kleinen Urlaub und da gehe ich nach Hamburg und dort werde ich auch ein paar Szenen mehr so Cutscenen also so kleine, naja Cutscenen kann man nicht sagen, so kleine Szenen wo ich erstmal die Sachen, die Videos so sind zeige und nicht so irgendwie anspreche, weil ich will nämlich auch ganz viel zeigen weil wir da auch ganz viel machen werden und wir gehen auch ins König der Löwen und auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen wird, wenn ihr und ihr mehr in der Welt wisst, wenn ihr einen Daumen noch umbeschlemmt würdet und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Weg nach Hamburg Na, 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 na? Wann, was machst du denn da? Hm? Was? Was? Sag mal Hallo zu uns, zu den Leuten Ja, sag mal Hallo Ach, na, na Ha! So wie geht es glaube ich auch nicht gut oder steht da im Regen aber die Sonne geht jetzt aber die Sonne kommt jetzt auch noch mal raus, da vorne sieht doch ganz toll aus haben wir ein bisschen noch ein bisschen die sonne und da vorne kommt auch schon die fähre da fahren wir gleich rüber zum könig der löwen und das wird dann richtig cool sehen wir uns gleich da weiß ich nicht ob wir uns jetzt schon darüber kommen also wir können jetzt ja wir können uns auch kurz aufhalten dass vorne geht es gleich hin wird das wird richtig cool ich war das schon mal aber es ist richtig gut ich werde gleich noch mal ein paar szenen zeigen das sieht auch richtig richtig gut aus mit den farben wie das auch gestaltet haben also würde ich sagen wir sehen uns gleich wenn wir da drinnen sind so 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 manchmal gemacht aber dann irgendwie nicht mehr gewollt aber auf jeden fall wenn ihr mehr für sie befinden daumen nach oben das leben wird wie schon am anfang gesagt und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal